Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Stoffportale. Super. Hab ich das gerade richtig gesehen auf dem Bogen? Warum lachst du? Ist gar nicht lustig. Besiegen sie Fürch Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden sehend als Belohnung ausgegeben. Cool. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Meine Frenz. Ich wollte eigentlich hier nochmal gucken. Ob ich... Ah, da ist die Weltkarte. Ja, noch nicht wirklich groß. Ich wollte da gucken. Wegen dem Waffen-Upgrade. Ich wollte das ganz gerne mal da reinmachen. Aber das geht noch nicht. Ich hab die Sense. Ich bin's doch. Das ist fast der Sensen-Mann. Das klappt sogar, dass es genau 40 Gegner. Ganz genau. Ich bin's doch. Ja, also es gibt auf jeden Fall einen Unterschichtsschicht ganz am Anfang und halt jetzt oh nö, oh nö was will der denn hier also das ist finde ich jetzt gar nicht lustig dass so einer auch mit dabei ist wie zum Beispiel diesen Stich weil den habe ich ziemlich oft und gerne benutzt man sieht ja auch ich rühre ganz oft auf den Siedler hingehen und ich gucke dann immer gleich auf den Maschinen mit den Knopf den X-Knopf damit ich slide also damit ich mit dem Stoß mache knapp uns was ist los? ich habe gewonnen aha, coole Sache ich glaube das Auge müssen wir jetzt auch nochmal angreifen ich wusste schon immer, dass es in dir steckt die Angst erfüllt das Auge einfach nur oh ne neue Zornkraft und Energie sowas haben wir noch mehr sehr schön das erste Portal haben wir erledigt auf zum nächsten ich denke wir gehen gegen den Uhrzeiger sind nicht im Uhrzeiger sind ich würde sagen im Gegenurzeiger sind weil das auch so ein toller Satz ist tue ich genau den nicht habe ich mir gedacht den tue ich nicht äußern leider habe ich ihn jetzt doch geäußert naja Eren ist menschlich dumm seien leider auch so das zweite Portal mal schauen was uns dort erwartet da vorne ist auf jeden Fall schon mal das das Auge das sah nämlich ein bisschen komisch aus gerade auf jeden Fall nicht wie ein Auge töten sie 50 Feine bevor Krieg infiziert infiziert Gesundheit aufgebraucht ist für die verbleibende Gesundheit werden sehen als Belohnung ausgegeben alles klar machen wir haben ja eh keine Orbeys es sind wenigstens immer sehr sehr viele Gegner nicht nur 2-3 Stück sondern immer ein ganzer Haufen so dass ich hiermit bei Sense war doch gut dass wir uns die Sense gesehen haben dass wir da immer schön weg schrotzen können weghauchen können da hat die Hunde auch die Hunde auch ab 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 hälfte vom Körper dann zack 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 Sensor auspacken und wenn ich wieder mehr gucke Oh, alle beide sogar. Ähm das ist auf jeden Fall cool bis genau die kommen denn die hab ich doch alle drei gerade erwischt na das ist doch mal nicht schlecht zack ja ich mag halt das Knutungselement das ganz schon sehr cool gemacht entklick die man entknütet mit dem B-Knopf das ist auf jeden Fall schon mal was ist man in anderen Spielen hätte auch gar machen können das du leider bestimmt oder das Verlager-Move sich vergessen hat ähm ja also find ich auch gar nicht so schlimm denn sowas muss nicht jedes Spiel haben beispielsweise bei Hello Kitty wär sowas jetzt uncool äh das war da wieder was was ist mit Feuerhänden wir haben keine Stühle das kann der wohl nicht angehen wir ohne Stühle und dann der ähm da weiß ich jetzt gern wie wir da reagieren sollen ich brauche die Zornkiste wow wow das hat's jetzt voll gebraucht so das meine ich halt das ist das kommt einfach richtig gut und gerade cool ah so schnell sterben wir nicht die sind Krieg und was macht der Krieg richtig Krieg wird und volle Gesundheit so wo ist das Auge ja jetzt gibt's da Angst also das war unterhaltsam können wir das noch einladen lassen hm ich glaub du spinnst du mach du das doch ich guck dir mal zu da oben ist noch ne ich glaub die haben wir eben aufgemacht genau so ähm wir haben das geschafft ohne eine Gesundheitskiste zu benutzen das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht so ihr seht da hinten im gelben Strich da ist der nächste Teleporter die Frage ist wo ist dann der nächste ah da hinten und da da sieht man das auch schön so haben wir das ja auch schon fast geschafft ähm dahinten ist dann der letzte hab ich gut ausgesucht hab ich gut ausgesucht denn der ist genau ne der ist genau beim Torwächter ja ich sag jetzt Torwächter weil es passt ja wieso das Auge fühlt sich wieder sicher hinter und die Frage ist dafür wie lange töten sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde wobei sie nur Kriegsoforttötungsangriff nutzen für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden sehen als Belohnung ausgegeben kleine und schwache Feinde können jederzeit sofort getödelt werden große Gegner müssen erst gelähmt werden bevor sie geschlagen werden können töten sie einen kleinen oder gelähmten Gegner mit B ok nur per sofort tot das wird jetzt auch lustig naja ah wir packen das schon wir sind Krieg so von dem zu dem von dem zu dem zu dem den wieder zu dem so von dem zu dem ja im Moment läuft es ganz ah ah ja jetzt die Frage wie tuten wie die hm hm ich weiß gar nicht ob ich die überhaupt angreifen kann nein nur Punkte zählen mit sofort ah stimmt so der zählt guck mal her du zählst auch so der zählt auch so langsam aber der zählt auch und langsam aber der zählt auch bis ich die Kiege so macht es halt so ja die Kiege werden immer stärker und stärker aber aber wir haben ja noch die sende und so zack und zack und zack und zack und zack ja und der wird natürlich auch wieder mit nur die Sahne gar keine Zornkraft das wird ein Problem hier ouch ouch ich sag mir nenn ich grad gar nichts sage aber ich bin grad hoch konzentriert weil es ist lange aber ein bisschen viel an Danke. Und das ist dann auch nicht mehr lustig, wenn schließe ich mich den Füßen auf und weglau'n, denn der hat immer so viel Beute, also nicht Beute, sondern der hat so die Seelen und so was. Das ist bei dem schon mal gar nicht mal schlecht, denn er hat viel Zornkraft auf. Und da hinten kommt noch einer, das ist jetzt ein Scherz. Okay, das wird jetzt bitter. Und es sieht einfach cool aus, wenn die Gegner fallen. Autsch. Und Ende. Huyuyuy, war das knapp. So Auge, bist du immer noch so mutig? Also, das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Wie gesagt, du könntest das machen. Ich schaue diesmal zu. Und Energie. Ja, sehr schön, alles wieder voll. Und weiter geht's zum nächsten Portal. Toll. Ja, ich find's ein bisschen vertreten, dass es tatsächlich vier Portale sind. Zwei.